So, liebe Kinder, und da sind wir wieder, weil ihr nicht zu uns kommen könnt, kommen wir jetzt zu euch und zeigen euch, wie ihr die Lieder, die ihr von uns kennt, auch zu Hause singen könnt. Der Lars, der Viktor und ich singen euch ein paar Lieder vor, und das könnt ihr schön zu Hause nachsingen. Wir fangen mit unseren alten guten Hallo Kinder. Lars, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Hallo Kinder, hallo Kinder, wir winken uns zu. Hallo Kinder, hallo Kinder, erst ich und dann du. Hallo Kinder, hallo Kinder, wir flaschen mit dir. Hallo Kinder, hallo Kinder, erst ich und dann du. Und wir schampfen. Hallo Kinder, hallo Kinder, wir schampfen uns zu. Hallo Kinder, hallo Kinder, erst ich und dann du. Könnt ihr schnipsen, nicht ganz immer noch, nicht? Hallo Kinder, hallo Kinder, wir schnipsen uns zu. Hallo Kinder, hallo Kinder, erst ich und dann du. Und jetzt ganz leise schnipsen. Hallo Kinder, hallo Kinder, wir rufen uns zu. Hallo Kinder, hallo Kinder, erst ich und dann du. Und dann ganz laut. Hallo Kinder, hallo Kinder, wir rufen uns zu. Hallo Kinder, hallo Kinder, erst ich und dann du. Sehr gut. tier 3 tier 3 tier 5